Ja, meine lieben Weinfreunde, mein Name ist Horst Gager und ich komme aus Deutschkreuz, aus dem schönen Mittelburgenland. Wir stehen für kräftige, gehaltvolle Rotweide und möchten euch das mit Hilfe von Michael Höfken mit seinen Weinmal1-Touren gerne näher bringen. Deshalb kommen Sie zu uns aufs Weingut und erleben Sie mit uns gemeinsam die Quadratur des Weides.